Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Food Haul von uns. Wir stehen hier vor dem Lidl, wie ihr sehen könnt, und wir werden euch live mitnehmen, direkt beim Einkaufen. Wir gehen ja nicht so oft zum Lidl, deswegen wird es heute spannend, was wir finden. Ich würde sagen, gehen wir rein, weil es ist schon ein bisschen frisch. Also, let's go! Ein Wagen mit Blatt, oder was? Ich bin das immer so ein bisschen...ja. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier einkaufen. Leechies? Haben wir schon lange nicht mehr gekauft. Hast du Bock drauf? Findest du immer so eine Sauerei, wenn man die aufmacht? Ja, ich mag das Wagen. Aber die Kinder, glaube ich, mögen den Döffel. Ja, aber ich kauf dann halt immer die in der Dose. Kaufst du jetzt ein paar Leechies? Okay. Ich liebe Orangen. Du liebst Orangen. Ich werde noch ein paar Heidelbeeren nehmen, weil ich wollte Muffins backen. Ich nehme aber die kleinen. Soll ich so eine große Packung nehmen? Nein, ich nehme so eine kleine. Ja, 200 Gramm nehme ich eine Packung Heidelbeeren. So, ich brauche dann auch noch ein paar Himbeeren für die Lunchboxen der Kinder. Ich nehme dann noch so Weintrauben. So, der Papa hat jetzt ein paar Orangen mitgenommen. Schön grün. Ich mag Bananen mehr, wenn sie grün sind, aber das ist so ein Geschmäcker unterschiedlich. Birnen? Soll ich Birnen mitnehmen? Oder eher nicht so? Du weißt ja, mit der Birne ist es nur ich und Clara, aber... Die Luisa, wenn ich sie klein so hier aus dem Box reinpacke, oder? Okay. Sollen wir diese Birnen nehmen? Oder diese? Ich nehme halt nur zwei mit, damit wir schauen, Geschmackstest zu Hause machen. Hey, schau, da gibt's Miniäpfel mit einem süßen Affen. Also ich bin ein richtiges Verpackungsopfer. Mich hat man mit sowas... Vielleicht sind die süß für Kinder gemacht. Gala. Ich nehme da so einen Pack ein. Rote Äpfel, ja. Ich weiß nicht, ob es, dass der gut schmeckt. Ich bin letztens so... Immer wenn wir so ganz rote Äpfel nehmen, die sind dann immer nicht so süß. Tomaten haben wir zu Hause, gell? Du hast noch ein Suppengrün zu Hause? Ich habe Zwiebeln gerade. Achso. Zwiebeln haben wir auch nicht mehr so viele zu Hause. Aber das ist ja zu groß, oder? Das ist wie Tennisbälle. Naja, schon. Aber zu klein mag ich sie auch nicht. Ich mag das überhaupt nicht. Wenn ich so eine große Zwiebel brauche, dann muss ich drei Zwiebeln schälen. Nervig. Ja, und wenn eine Zwiebel... Beste das jetzt nur aus Zwiebeln. Das ist eine richtig große Zwiebeln. Ja. Zwiebeln gibt halt Geschmack. Ich nehme eine Paprika mit. Die nehmen das, oder? Die Kinder essen eher am liebsten die roten oder die gelben. Ich kann nur eine grüne zu Hause. Das mag keiner. Ich nehme auch noch so Snackgurken mit. Für die Michelle und den Patrick, weil die zwei Kleinen haben das letztens nicht aufgegessen. Für uns auch eine Gurke. Ja, genau. Ja, eine Honigmelone. Oder wie heißt das? Ja, Honigmelone. Ich weiß manchmal nie, ob es nicht... Also ich kann die nie auseinanderstehen. Also ich weiß nicht, was Zuckermelone ist oder was Honigmelone ist. Aber scheinbar ist das eine Honig. Zuckermelone heißt das. Ja. Der ist unser Blumen-Typ. Garten... Ich nenne ihn immer Nature Boy. Also unser Garten... Garten-Mensch. Ich bin eher die, die bei den Klamotten stöbert, bei den Spielsachen, oder? Und du bist der Garten-Typ. So. Komm, Schatzi, wir haben nicht so viel Zeit. Wir haben ein bisschen Stress, weil wir müssen dann die Kinder von Schule und Kindergarten abholen. Deswegen müssen wir uns jetzt beeilen. Hier wir kaufen auch gerne immer so Cabanossi-Stangen für die Kinder, so Wurststangen für die Jause. Die Michelle isst die total gerne. Wunsch und Kapfen. Wobei die auch sehr lecker sind. Ich nehme eine Milch. Eine Milch haben wir zu Hause. Eine. Okay, da kann man halt nicht viel Zeit, oder? Eine, oder? Da gibt es sogar diesen veganen oder vegetarisch. Das ist vegetarisch, aber schau. Vegan mit Schnittlauch. Das ist neu, oder? Aber das nehme ich mit, das probiere ich. Gut. Soll ich mal wieder so einen Cheesecake machen? Ja. Dann mache ich sie. Ich nehme da. Ich weiß nicht genau, wie viel ich brauche, aber ich nehme da halt mal so vier. So was wird bei uns immer gegessen. Warte, wir mal stehen. Ich lese da schon vegetarische Filet-Streifen und habe oben geschaut. Nö. Das ist alles nur Feuer. Ja. Alles auf Pflanzenbasis, gell. Die vermischen das immer so, gell. Aber das ist eigentlich eh nicht schlecht, dass sie das so zusammen geben. Ja, weil da weißt du, wo du suchen sollst. Ja, genau. Ich sage, bleibe ich so schlecht. So. Was nehmen wir für ein Fleisch? Also ich brauche jetzt mal Faschettes. Okay. Da ist ein Gemisch, Bio. Während der Papa beim Fleisch ist, kaufe ich gleich noch was von den Nüssen. Und zwar diese Nussfrucht-Mix Cranberries für den für die Jausenboxen. Ich finde die so cool, weil die sind so abgeteilt. Und da kann man den Kindern genau so eine Tüte mitgeben in die Lunchbox. Da gibt es einmal Cranberries und Schokoflakes. Aber ja, Schokoflakes finde ich jetzt nicht so cool. Und dann habe ich was richtig Cooles entdeckt. Und zwar, schaut mal, es gibt beim Lidl so sowas wie, ja, diese Fake Oreo, die Neo-Bits. Also das sind quasi Oreo, diese Kissen. Der Patrick ist so gern diese Kissen. Normalerweise ist das immer mit so Nuss und so. Und jetzt ist es mit Oreo. Deswegen probiere ich das auch mal. Dem Papa nehme ich auch noch so eine Schokie mit. Der mag nämlich total gerne diese Milka Oreo. Ich sag's euch, mein Mann braucht immer so lange beim Fleisch und beim Gemüse. Da steht er immer mega lange rum. Wie ihr seht. Ja. Und da muss ich mich immer anderweitig beschäftigen. Und deswegen kaufen wir jetzt noch mehr Süßigkeiten, oder? Ja. Das wäre wieder Fleischabteilung. Das wäre wieder Fleischabteilung. So, ich hole auf jeden Fall noch jetzt was von der Süßgrammabteilung, weil ich finde, beim Lidl gibt es so geile Sachen, die es beim Mofa nie gibt. Ich will es zeigen euch gleich. Schaut mal, Kinder Bueno im Sechserpark. Kinder Country. Schau mal, da gibt es sogar Fake Kinder Country von Mr. Chok. Mr. Chok. Mr. Chok. Mr. Chok. Ja, ich nehme mal Fokobons und hier Maltesers. Voll cool. Schaut mal, bei Lidl gibt es auch Ayran von Müller und Kefir. Pausenbox, voll cool. Was ist das? Ja, so eine Box, so eine Landwirtschaft, mit so Wurstbefehl. Schaut mal, was ist das denn cool? Das ist Doppeldecker. Schaut mal, was man da gefunden hat. Das ist auch cool. Ja, wow. Ich überlege, ich nehme, glaube ich, so einen mit. Doppeldecker, schaut irgendwie interessant aus. Für die Lunchboxen der Kinder brauche ich auf jeden Fall Schinken, Extrawurst, Salami. Ich habe mir nämlich einen Allesschneider gekauft, also wo ich Brot damit schneide und man kann auch Wurst damit schneiden und Gemüse und so. Deswegen werde ich so eine Dicke nehmen und die dann selber aufschneiden. Ich brauche noch Schinken für die Kinder. Papa hat jetzt sein Lieblingskäse gefunden, zeig mal. Kaschkawai. Der schmeckt wie der Käse in Rumänien, oder? Ja, so Barkankäse. Ja, Barkankäse. Sieht ja auch auf. Dann gibt es hier so coole Aufstriche. Schaut mal, kenne ich gar nicht. Schnittlauch. Das ist auch Frischkäse, Kräuter, Balance. Ich finde, Verpackung ist alles, oder? Ich finde, es schaut so schön aus, wenn man das Produkt sehen kann, dann kauft man das auch gerne. Tomaten, Kalamata, Olive. Interessant. Und dann gibt es auch so Mini-Bällchen. Das ist auch Frischkäse. Oh, die Tiefkühlabteilung vom Lidl finde ich so cool. Oh, wow. Voll viele veganen Sachen. Da ist der Lidl dem Hopper viel voraus, gell? Unglaublich. Also, das finde ich schon cool, also, was die da alles haben. Gibt es da ein Eis mit? Ja, kein vegan. Okay, ich schau mal hier, was ich da noch finde. So chinesische Sachen, Knusperente. Kann man das? Ja, nimm das. Die hat uns mal eine Abonnentin empfohlen. Zwei oder drei. Und seitdem kaufen wir die immer, weil die sind echt gut. Ich überlege nur, ob ich so kleine Kartoffeln mitnehme, weil ab und zu so Curly Fries haben wir mit dem Patrick Letzten. Ja, und damit ist das sehr gut. Da wir wieder einen Air Fryer haben, werde ich wieder Curly Fries, also so, so Formez oder so, also Curly Fries in dem Fall mitnehmen, weil es ist praktisch. Ab und zu mal, wenn es schnell gehen muss. Weil sonst, was ich gerne mal wieder essen würde, so einen Kaiserschmarrn mit so Apfelmus. Soll ich wieder machen? Ja, ich nehme dann so einen Apfelmus. Schaut mal bitte, wie cool. Es gibt sogar, ich weiß, Zwiebel. Wenn man Hotdog machen will, ist es schön. Wie schaut die Zeit aus? Die Zeit haben wir noch? Über 20 Minuten haben wir noch Zeit. Okay. Essen eingekauft haben wir, oder? Das Große. Ja. Schau mal, es gibt eine Schallzahnbürste für 35 Euro. Das ist echt günstig. Wir brauchen auf jeden Fall auch Hunde- und Katzenfutter. Und ich überlege gerade, ob wir von hier kaufen sollen, mal was Neues ausprobieren. Schauen wir mal, was wir da nehmen. Trockenfutter haben wir noch zu Hause, oder? Trocken. Trockenfutter haben wir noch zu Hause. Ja, dann nehmen wir nur noch. Das schaut irgendwie cool aus, oder? Gourmet. Vielleicht schmeckt es ihnen ja. Und das schaut auch irgendwie voll hochwertig aus irgendwie. Es ist auf jeden Fall vom Preis her kein großer Unterschied. Schaut mal. 1 Kilo 2,24 Euro. 1 Kilo 2,48 Euro. Schaut, es gibt sogar Schweinefleisch. Das ist Schweinefleisch. Probieren wir das? Also entweder wir nehmen das, oder wir nehmen diese Orlando Gourmet. Es ist halt High Premium, 1,56 Euro. Also ich würde eher das. Das? 1,50 Euro. Ja. Aber wir haben jetzt auf den Kilo Preis geschaut. Aber das ist bei uns... Für einen Hund, darfst du sagen. Es gibt... Es gibt... Wie viele Sorten? Zwei, oder? Oder drei. Orange gibt es auch, ja. Herz. Und Rot gibt es auch. Herz. Herz. Und da war. Herz. Ist auch nicht gleich? Nein, es gibt noch ein rotes, ja. Jetzt sind die Flügel. Da. Das ist der hinten ist rot. Okay. Da ist noch ein orange. Da ist noch ein orange. Da? Habe ich schon. Okay. Okay. Selee und Fisch und Selee Vielfalt. Grünes gibt es auch. Ja. Ich würde für den Beef jetzt diesmal das nehmen. Möwe. Ja. Kannst du das aufheben? Kannst eine in die Woche. Ich habe gehört, die Pflege oder diese Cremes. Denn Cremes von CN sollen sehr gut sein. Also ich habe schon mal im Fernsehen öfter Tests gesehen. Und schaut euch mal an. Dieses Anti-Schuppen-Shampoo. Schaut ja original aus. Wie das Head & Shoulders. Oder? Als wenn es wirklich das Original wäre. Hier. Winn Cosmetic. Das ist ein selber. Okay. Das ist von Procta & Gamble. Aber you never know. Weil es sind bloß an der Marke steckt. Diese Shampoos habe ich früher auch mal verwendet. Das sind echt gut. Gibt es alles irgendwie. Peppa Pig. Das muss ich nehmen. Für die Luisa. Die Luisa liebt. Das verlassen sie gerne. Machen wir mal ein Pflaster. Die Luisa will immer ein Pflaster. Ein Babykratzer. Aber alle Kinder sind reingegeben. Baby I love it. Das ist gut. Wir brauchen ein ganzes Fließband. Oder was? Da sind alle drauf. Komm fahre vor. Fäftig. Ich hab noch etwas vorne. Aber jetzt geht sie leider vom Platz ja nicht mehr. Jetzt können wir extra machen. Genau machen wir mal. Kann ich zu Ihnen oder zu vorne kommen? Nein, das passt. Schaut euch mal bitte den Wagen an. Der ist rammelvoll. Wir haben jetzt auch. Ich zeige euch gleich. 272,84 Euro ausgegeben. Aber wir haben halt richtig, richtig krass eingekauft. Wie ihr sehen könnt. Also wie auch Hund und Katze. Und zum Naschen und zum Backen und Fleisch und so weiter. Ja meine Lieben. Das war es jetzt mit dem Live Food Haul. Falls ihr nochmal ganz genau sehen wollt, was wir eingekauft haben. Dann müsst ihr unbedingt beim nächsten Video vorbeischauen. Weil da werden wir euch nochmal alle Produkte genau zeigen. Und sagen was wir und warum wir das gekauft haben. Alles was wir eingekauft haben. Aber so ein Live Haul ist für uns eigentlich auch zum ersten Mal. Ist auch was Neues. Ja ist voll cool. Und deswegen falls dir das gefallen hat. Dann lasst einen Daumen nach oben da. Und schreibt einen Kommentar. Falls ihr mehr solcher Live Food Hauls sehen wollt. Oder Live Hauls generell von anderen Läden. Und ja. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.